Im vergangenen Jahr sind 101 Radfahrende in Nordrhein-Westfalen im Straßenverkehr tödlich verunglückt. Das heißt, alle dreieinhalb Tage wird eine Radfahrerin, ein Radfahrer im Straßenverkehr getötet. Jeder Verkehrstote ist einer zu viel. Wir Grüne wollen, dass alle Verkehrsteilnehmenden im Straßenverkehr sicher sind und sich auch sicher fühlen. Und insbesondere diejenigen, die eben besonderen Schutz bedürfen, weil sie beispielsweise keine Tonne Stahl oder Blech um sich haben.